Entspannte Kommunikationen können so einfach sein. Mit dem praktischen vom Hörverstärker Domino Pro von Bellman. Ob zu Hause oder in Gesellschaft, im Beruf und auf Vorträgen, im Kino, beim Einkaufen oder beim Fernsehen. Der Domino Pro ist Ihre Fernbedienung für besseres Hören und kann sowohl mit als auch ohne Hörgerät verwendet werden. Und so funktioniert das Ganze. Der Hörverstärker besteht aus einem Sendegerät, dem Funkmikrofon sowie einem Empfangsgerät und ist sofort einsatzbereit. Das Funkmikrofon nimmt den Ton auf, während es in der Hand gehalten oder auf den Tisch abgelegt werden kann. Auch eine Platzierung in unmittelbarer Nähe Ihres Fernsehers ist möglich. Anschließend wird der aufgenommene Ton drahtlos per Funk an den Empfänger weitergeleitet und bis zu 133 Dezibel laut verstärkt. Über die mitgelieferten Ohrhörer profitieren Sie von höchstem Tragekomfort sowie glasklarem Hörgenuss. Damit Sie die Klangqualität jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen können, lässt sich außerdem am Empfangsgerät ganz einfach eine Hoch- und Tieftonregelung vornehmen. Zudem verfügt der Domino Pro über eine automatische Lautstärkenspeicherung, die auch dann erhalten bleibt, wenn Sie den Domino Pro ausschalten. Auf diese Weise sind die Lautstärken jederzeit individuell auf Sie angepasst und Sie müssen alle Einstellungen nicht immer wieder aufs Neue vornehmen. Zusammengefasst bietet Ihnen das drahtlose Kommunikationssystem Domino Pro folgende Vorteile. 1. Der Hörverstärker ist per Knopfdruck sofort einsatzbereit und benötigt keinerlei Anpassung. 2. Laute Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet. Dank einem integrierten Richtmikrofon hören Sie nur das, was Sie auch hören wollen. 3. Der Domino Pro bietet Ihnen höchsten Bedienkomfort, den Sie flexibel nutzen können. 4. Auch zum Fernsehen und Musikhören ist der praktische Hörverstärker bestens geeignet. Also warten Sie nicht länger. Bestellen Sie noch heute den extra lauten Hörverstärker und genießen Sie schon morgen entspannte Gespräche sowie einmaligen TV- und Musikgenuss. Und es kommt noch besser. Bei Hörhelfer haben Sie außerdem ein 30-tägiges Rückgaberecht, sodass Sie den Domino Pro ganz in Ruhe in Ihrem Alltag testen und bei Nichtgefallen sogar kostenlos an uns zurücksenden können. Für eine umfassende Beratung stehen Ihnen außerdem unsere kompetenten Fachberater gerne unter der kostenlosen Hotline 0821 207 09620 zur Seite. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance, schnell und unkompliziert einfach wieder besser hören zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017